Hi Freunde, Mortenmann hier. In diesem Video zeige ich dir das overpowerte Dornenmagier-Bild. Das Bild an sich ist komplett auf Dornenschaden ausgelegt, auf Blutungsdamage. Ihr attackiert im Fernkampf, ihr macht ohne Probleme Endgame-Bosse kaputt innerhalb von 5-6 Schlägen. Also ihr solltet das Bild auf jeden Fall mal ausprobieren. Guckt es euch an, denn die Items sind nicht schwer zu bekommen. Und ich zeige dir alles, was du zu diesem Bild wissen musst in diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, hast du generell noch Fragen oder Anregungen, schreib sie gerne in die Kommentare und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass gerne ein Abo auf YouTube da und zweitens, lass auch gerne ein Follower auf Twitch da. Und wenn du noch Leute zum Eldrink-Spielen suchst, komm gerne auf unseren Discord, der Link ist unten verlinkt. Über 1500 Mitglieder, würde mich freuen, wenn du auch Teil der Community wirst und vielleicht mal mit mir oder anderen Leuten eine Runde zusammenzockst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Bevor wir uns das Bild nun etwas näher im Detail anschauen, zeige ich euch einen kleinen Sneak-Peak, wie viel Schaden dieses Bild raushauen kann und wie es Bosse zerstören kann. Dafür sind Rüstung, Talismänner, Waffen etc. alles perfekt abgestimmt auf den Zauber und durchdringliche Dorn, der unser Haupt-Damage ist. Und wie ihr seht, wir machen hier sekündlich tausende von Damage-Punkten ohne Probleme, wir machen ordentlich Blutschaden. Dank unserer Talisman und dank unserer Rüstung stacken wir uns auch noch Buffs hoch und verursachen einfach noch mehr Schaden. Der Zauber an sich kostet zwar Mana und Ausdauer, aber das regenerieren wir ja ganz schnell. Und wie ihr seht, die Tänzerin von Rana, die eigentlich ein ziemlich starker Boss ist, hat gar keine Chance gegen uns. Wir gucken uns das Bild jetzt etwas genauer an und wo ihr die Items für dieses Bild finden könnt. Wir schauen uns jetzt die Zauber und das Bild etwas im Detail an. Dazu muss ich sagen, ich bin inzwischen Level 258, also bin schon sehr, sehr weit im DLC und habe somit auch schon viele, viele Punkte skillen können. Ich habe 99 Punkte in Arcan-Energie, ist ein bisschen Overkill, 70 Punkte reichen hier völlig aus, wenn ihr ein kleineres Level habt. Dazu habe ich in Glaube und Weisheit jeweils 50 Punkte, hier reichen auch 30 Punkte aus. Wenn ihr ein paar Punkte mehr macht, kriegt ihr ein paar Damage-Punkte mehr, ist aber nicht so wild im Schaden, also ihr solltet hier anpeilen. 30, 30, 70 und so könnt ihr schon ungefähr mit Level 200 das Ganze ohne Probleme spielen. Wenn ihr nicht Level 200 seid, könnt ihr auch noch in Kraft, Geist und Kondition Punkte einsparen. Kraft habe ich 55 Punkte, das erhöht meine Lebensenergie. In Geist habe ich 38 Punkte für ein bisschen mehr Mana und in Kondition habe ich 25 Punkte, damit ich eine mittlere Last habe. Die habe ich aber auch so ohne Probleme und damit ich halt ein bisschen Ausdauer habe, weil wir mit dem Zaubern Ausdauer, Mana und Lebenspunkte verbrauchen. Gucken wir uns jetzt die Sachen an, die unser Charakter trägt. Wir haben einmal den mütterlichen Stab. Diesen haben wir, weil er auf Weisheit und Arkan mit A skaliert. Also ziemlich, ziemlich geil. Solltet ihr auf jeden Fall ausrüsten. Dann haben wir noch den Stab der Schuldigen. Dieser skaliert auf Glaube mit S und ganz wichtig, dieser verstärkt Dornenzauberei. Und unser Zauber ist ja ein Dornenzauber und wenn wir draufschlagen, theoretisch gibt es auch noch Blutverlust, machen wir aber nicht. Wichtig ist verstärkt Dornenzauberei, damit wir hier noch mehr Schaden rausbekommen. Und wir haben noch ein Siegel in der Hand. Ist relativ egal, ob das Siegel der Drachenkommunikation oder meinetwegen das Siegel des Erdenbaums. Wir brauchen dieses Siegel, damit wir den Heiligen Schwur casten können. Dieser erhöht nämlich nochmal unsere Angriffskraft und macht mit den Dornen dann nochmal deutlich mehr Schaden. So, als Ausrüstung bzw. als Rüstungsteile haben wir die Rüstung von Albrecht an, zumindest auf dem Kopf, sowie auf den Handschuhen und auf der Kopfhandschuhe und auf der Brust. Denn wie wir sehen, haben wir hier einmal verstärkt Dornenzauberei. Das Ganze haben wir als Perk auf dem Kopf, auf den Handschuhen, hier unten Albrechts Armschutz und auf der Robe. Auf den Schuhen gibt es diesen Perk leider nicht, deswegen kann ich euch nur empfehlen, nehmt hier ruhig die schwersten Schuhe, die ihr habt, die ihr cool findet zum Outfit oder einfach nur die schwersten, damit ihr ordentlich Resistenzen noch dabei bekommt und ein bisschen Schaden einstecken könnt. Ich habe mich hier für Radar ins Beinschutz entschieden und ihr seht auch hier direkt, wo ich sitze. Das Ausrüstungsgewicht ist jetzt bei 29 von 72, heißt wir haben noch massiv viel Ausrüstungsplatz, um wirklich in die nächste Laststufe zu kommen. Dann haben wir noch vier Talismänner, einmal das Jubel des Blutes, das ist ziemlich, ziemlich wichtig, denn Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft und immer wenn wir diesen Zauber casten, haben wir Blutverlust, weil wir ja selber bluten und kriegen somit dauerhaft Angriffspunkte hinzu. Dann haben wir verstärkt die Wirkung von Zauberei deutlich, da unsere unersetzlichen Dornen ja ein Zauber sind, werden diese auch nochmal deutlich vom Schaden erstärkt und geliebter Sternenstaub verkürt die Wirkungsdauer für Zauberei bis ans Äußerste. Heißt, die Zauber kommen einfach schneller raus, damit können wir viel schneller casten, müsst ihr auch auf jeden Fall haben. Und der vierte ist so ein bisschen optional, ich habe hier das Drachen-Großschild-Talisman, weil ich finde, ist das beste defensive Item, beziehungsweise der beste defensive Talisman, den es gibt. Ihr könnt theoretisch auch den zweiköpfigen Schildkröten-Talisman nehmen, da kriegt ihr ein bisschen Ausdauer dazu, ihr könnt die Gunst des Erdenbaums nehmen für mehr Lebenspunkte, Ausdauer und theoretisch Gewicht, wobei Gewicht nicht so wichtig ist. Falls eure Stufe noch nicht hoch genug ist, könnt ihr natürlich auch ein Erbe nehmen, zum Beispiel das Erbe der fremden Götter, was eure Arkan-Energie erhöht oder das Erbe der Zwei-Finger, was euch mehr Glauben gibt. Ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viele Resistenzen zu nehmen, spezifisch gegen Gegner, die zum Beispiel Feuerschaden machen oder gegen körperlichen Schaden, wie auch immer. Ihr könnt euren Fokus erhöhen, wodurch ihr mehr Mana bekommt, ihr könnt hier aber auch zum Beispiel die Ur-Schimmerstein-Klinge nehmen, die Zauber, die eure Zauber weniger Mana verbrauchen lassen, dafür habt ihr weniger Lebenspunkte. Also ihr seht, es gibt unheimlich viele Talismänner, die ihr benutzen könnt, natürlich auch den Skarabeus für mehr Runen oder für mehr Objektentdeckung. Es gibt unfählich viele Zauber- bzw. Talismänner, die ihr in diesem Bild noch kombinieren könnt, deswegen tobt euch einfach mal aus, guckt, welcher Talisman euch am besten gefällt und den packt ihr dann auf den vierten Slot. Wir schauen uns jetzt die wichtigsten Items an, die wir für dieses Bild benötigen und da beginnen wir mit den Zaubern. Einmal undurchdringliche Dorn, dafür fangen wir hier oben bei dem Eingang zur dunklen Kammer an. Dieser befindet sich im Schattenbergfried und hier laufen wir einmal rechts von uns die Treppen hinunter, bis wir auf eine Art Plateau kommen. Einmal hier durch die Tür raus und dann sind wir bei diesem angesprochenen Plateau. Und hier gehen wir jetzt nicht geradeaus durch die Tür durch, sondern hier rechts einmal die Treppen herunter. Ist ein Spot, den vielleicht viele von euch geskippt haben, weil kann man relativ schnell dran vorbeilaufen. Wenn wir jetzt hier bei diesem Typ mit Gehstock sind, gehen wir hier rechts einmal vorsichtig runter. Aufpassen, dass ihr nicht zu tief runterfallt und hier bei diesem Toten oder bei dieser Leiche findet ihr dann den Dornenzauber. Den zweiten Zauber, den Goldenen Schwur, finden wir im normalen Elden Ring und zwar hier oben links bei der Hütte mit Leichengestank. Und wenn wir hier reinlaufen in die Hütte, finden wir hier auch einen Leichnam. Dieser hat den zweiten Zauber für sich. Diesen Zauber solltet ihr euch auf jeden Fall holen, denn nicht nur für dieses Bild, auch für viele, viele andere Builds ist das auf jeden Fall ein Top-Zauber, den ihr immer wieder braucht. Also holt euch den auf jeden Fall. Als nächstes kommen wir zu den zwei Stäben. Wir haben einmal den mütterlichen Stab. Diesen bekommen wir von Ymir. Ymir ist eine Quest im neuen DLC, beziehungsweise ein Questgeber. Und wenn wir die Quest von ihm durchlaufen haben, müssen wir ihn am Ende besiegen. Und dieser lässt den mütterlichen Stab fallen. Die Quest selber habe ich schon auf meinem Kanal vorgestellt. Ich verlinke dir das hier einfach einmal und unten in der Beschreibung. Guck dir das Video einfach mal genau an. Gibt es am Ende auch ein richtig cooles Katana. Also solltest du auf jeden Fall einmal abchecken und machen. Und wie gesagt, da gibt es halt den mütterlichen Stab, der so geil ist, weil er so gut auf Arkan skaliert. Theoretisch geht aber auch ein anderer Stab, aber ich kann dir diesen nur wirklich empfehlen. Als zweites haben wir den Stab der Schuldigen. Diesen braucht ihr auf jeden Fall, denn dieser verstärkt die Dornenzauberei, was für unser Dornenbild natürlich unauslässlich ist. Diesen Stab bekommt ihr im normalen Elden Ring. Und zwar fangt ihr dafür hier beim großen Aufzug von Dektus an. Reitet dann einmal hier links den Berg hinauf. Einmal dann hier runter, bis ihr am Donnerstrom angekommen seid. Und vom Donnerstrom selbst geht ihr dann hier einmal um Hausvulkan herum. An einem kleinen Krater vorbei, hier unten durch die Brücke durch, bis ihr zur Mündung des Dornaststroms gekommen seid. Am Ende der Mündung findet ihr dann hier noch so ein kleines Schloss, das ihr euch einmal näher ansehen könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und außerdem finden wir hier diese Priesterinnen. Ganz viele von denen. Und diese Priesterinnen müssen wir dann ganz einfach vernichten. Und wenn wir Glück haben, lassen sie dann als Belohnung den Stab, den wir in der Hand halten, fallen. Als nächstes schauen wir uns an, wo wir Alberichs Rüstung bekommen. Das ist die Rüstung, die Dornmagie verstärkt, die wir auf jeden Fall auch benötigen. Dafür sind wir im normalen Elden Ring in der goldenen Stadt. In der ersten Version, ganz wichtig. Es gibt ja eine zweite Version, wo sie von Samt überströmt wird. Hier sind wir aber in der ersten Version, wo das noch nicht geschehen ist. Und hier finden wir dann auch die Rüstung. Leider hatte ich hier keinen Charakter mehr und musste diesen extra hochspielen, um euch zu zeigen, wo genau diese Rüstung zu finden ist. Wenn ihr das honorieren wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst ein Abo auf meinem Kanal da. Kostet euch nichts, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr geht dann zur Gnade westlicher Hauptstadt, weil diese sehen wir links von mir und gehen dann hier einmal durch den Torbogen hinaus, um in diese Treppe hinunter zu gehen. Machen einen kleinen U-Turn und gehen dann links auf diesen Balkon, wo wir diesen Trompetenspieler sehen. Von diesem Trompetenspieler auch wieder linksgehend springen wir auf das Dach. Wenn wir hier einfach runterspringen würden, würden wir sterben von Fallschaden, deswegen auf das Dach und dann hier einmal durch diese Tür durch. Die müssen wir dann öffnen, laufen hier hindurch und wo wir hier diese Messages auf dem Boden sehen, sehen wir einen Leichnam. Und dieser Leichnam trägt dann unsere Rüstung, die wir dann ganz easy dort finden können. Da wir nun wissen, wo wir unsere Zauberstäbe, unsere Zauber und unsere Rüstung bekommen, fehlt theoretisch nur noch das Siegel und unsere Talismänner. Das Siegel ist relativ egal, welches wir nehmen. Ihr solltet auf jeden Fall irgendeins rumfliegen haben. Nehmt das einfach, denn damit müssen wir nur den goldenen Schwur kasten. Dabei haben wir das Siegel auch schon mal abgearbeitet und jetzt fehlen nur noch die Talismänner. Das Jubel des Blutes selbst bekommen wir von der Quest, äh, von der Quest, ja, bekommen wir von dem Boss Eskar. Dazu habe ich schon ein Video auf meinem Kanal, checkt das einfach mal aus, da habe ich alles genauestens beschrieben. Den geliebten Sternstaub-Talisman, den bekommen wir aus der E-Mail-Quest, den Götzenmann-Talisman solltet ihr schon vom normalen Elden Ring bekommen haben und euren optionalen Talisman. Müsst ihr dann einfach schauen, welchen ihr rumliegen habt, damit ihr euer Bild vervollständigen könnt. Und falls ihr hier noch einen Talisman benötigt, den ihr noch nicht habt, den ich vorgestellt habe, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, dann werde ich euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Grundsätzlich könnt ihr jetzt noch in eure Arzneiflasche Sachen reinpacken, die eure Schadensresistenzen erhöhen oder euch nochmal maximale Lebenspunkte geben, wie hier zum Beispiel die purpurne Kristallträne erhöht kurz die maximale Lebenspunkte. Also euch nochmal defensive Werte geben. Sonst würde ich gucken, dass ihr eure Fläschchen so verteilt, dass ihr immer ausreichend Mana habt. Also in der Regel habe ich 9 Heil- und 5 Mana-Tränke dabei, um immer wirklich gut durchkasten zu können. Und so solltet ihr dann alles haben, was ihr für dieses Bild benötigt. Ich kann wirklich sagen, aus tiefster Überzeugung, das Bild macht unheimlich viel Spaß. Egal ob gegen Endgame-Bosse, also wirklich den Endgame-Boss, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil es natürlich ein Spoiler ist, oder gegen kleinere Bosse in der Open World. Ihr könnt dieses Bild wirklich immer und überall optimal benutzen. Aus meinen Augen das beste und stärkste Bild, weil ihr halt eine gute Reichweite habt. Ihr macht mega viel Schaden, ihr Stuntgegner, die Buffs passen alle richtig gut aufeinander. Ihr bekommt es nicht erst ganz, ganz am Ende vom DLC, sondern schon mittendrin. Checkt das Ganze auf jeden Fall aus. Für mich aktuell das beste Bild, was es in Eldring gibt. Also probiert das Ganze einfach mal aus. Ihr solltet jetzt alle Informationen haben, die ihr für dieses Bild benötigt. Das Video an sich war super, super, super viel Arbeit. Gerade auch mit der neuen Charaktererstellung. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem ganzen einen Daumen nach oben gebt. Habt ihr generell noch Fragen, Anregungen? Wisst nicht, wo ihr Items bekommt? Kommentar ist Männer oder habt irgendwas nicht verstanden? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Gerne auch einfach so einen Kommentar für den Algorithmus da lassen. Und lass gerne ein Abo auf YouTube sowie ein Follower auf Twitch. Da würdest du mich mehr und sehr, sehr unterstützen. Und grundsätzlich, wenn du Leute zum Eldring-Spielen suchst, selber Builds hast, die ich mal ausprobieren soll oder irgendwie mit mir zusammenzocken möchtest, etc., komm gerne auf den Discord. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, euer Mottenmann. Ciao!